halli hallo so also kaffee getrunken refill inklusive wie das in norwegen so üblich ist und jetzt zeige ich euch mal hier diesen wahnsinns ausblick das kann man natürlich gar nicht so richtig richtig zeigen ich versuche einfach mal ich gehe mit der kamera so rum das ist also hier die silhouette von rheine rheine ist ein ganz kleiner ort in moskenes fünf bis sechs kilometer entfernt von der fähre wo wir angelegt haben und kann das sicherlich früher mal ein kleiner fischer ort gewesen und hat jetzt immer noch ein bisschen fisch hier aber ist halt überwiegend tourismus dahinten verläuft dann die die straße die die 10 der wir dann folgen werden ja und das ist einfach grandios erster eindruck von lofoten ich bin überwältigt das wetter ist auch spitze das klart weiter auf noch ein bisschen nebel verhangen aber das wird man sieht es ja schon keine wolke da oben mehr im himmel der nebel verzieht sich langsam das wird schön heute bis später